In diesem Video geht es um die besten drei Rowenta Bügeleisen. Der erste Platz, das High-End-Produkt. Die Dampfbügelstation Rowenta Silenz System Pro verfügt über einen leisen Hochdruckkessel. Die Rowenta Dampfbügel-Technologie mit Hochdruckkessel und unbegrenzter Autonomie garantiert professionelle Ergebnisse. Ein integriertes System sorgt für einen kraftvollen Dampfstoß von 480 g, MIN, konzentriert an der Spitze des Bügeleisens, ideal für dicke Stoffe und selbst die hartnäckigsten Falten. Die MicroSteam 400 HD Bügelsohle mit kratzfester Laserfinish und 400 Mikrolüchern nicht nur an den Seiten, sondern auch in der Mitte gewährleistet eine ausgezeichnete Dampfverteilung für schnelle und professionelle Ergebnisse. Das patentierte Entkalkungssystem fängt Kalk mit einer Effizienz von bis zu 10 mal höher als andere Geräte auf dem Markt ein und sorgt für lang anhaltende Leistung. Jetzt direkt sparen Der Link zum Produkt ist unten in der Videobeschreibung. Der zweite Platz, der Preisleistungssieger Die Dampfbügelstation Rowenta Power Steam ist mit einem leisen Hochdruckkessel ausgestattet. Durch die kontinuierliche Dampfabgabe von 120 g, MIN entfernt sie jede Falte und beseitigt bis zu 99,99% der Bakterien. Die Rowenta Dampfbügeltechnologie mit Hochdruckkessel und unbegrenzter Autonomie garantiert professionelle Ergebnisse. Ein integriertes System sorgt für einen kraftvollen Dampfstoß von 340 g, MIN, konzentriert an der Spitze des Bügeleisens, ideal für dicke Stoffe und selbst die hartnäckigsten Falten. Die MicroSteam 400 Sohle gewährleistet eine optimale Dampfverteilung durch 400 Mikrolücher. Die Anwendung von Dampf auf große und empfindliche Kleidungsstücke wird durch die vertikale Dampffunktion erleichtert, die für das Entfernen von Falten von aufgehängter Kleidung und Vorhängen entwickelt wurde. Der abnehmbare XL Wassertank mit 1,7 Litern ermöglicht bis zu 1,5 Stunden Bügeln im Eco-Modus. Der dritte Platz, das Sparprodukt Der Dampfbügeleisen Robenta Focus XL liefert schnelle und hervorragende Bügelergebnisse. Es verfügt über eine präzise Metallspitze und eine kontinuierliche Dampfabgabe von 45 g, MIN, um jede Falte zu entfernen. Mit einer Leistung von 2700 W und einem Dampfstoß von 170 g, MIN können Sie selbst mit hartnäckigsten Falten umgehen, insbesondere bei trockenen und dicken Stoffen, auch mit der Hilfe des Sprühers. Die Anwendung von Dampf auf empfindliche und große Kleidungsstücke wird durch die vertikale Dampffunktion erleichtert, ideal zum Entfernen von Falten aus Anzügen oder anderen aufgehängten Kleidungsstücken, einschließlich Vorhängen. Die MicroStim 400 HD Bügelsohle mit kratzfester Laserfinish und 400 Mikrolüchern, nicht nur an den Seiten, sondern auch in der Mitte der Sohle, gewährleistet eine ausgezeichnete Dampfverteilung für schnelle und professionelle Ergebnisse. Die hochwertige Edelstahlsohle und das integrierte Entkalkungssystem sorgen für eine ausgezeichnete Gleitfähigkeit und lang anhaltende Leistung für immer erstklassige Bügelergebnisse. Die hochwertige Edelstahl Die hochwertige Edelstahl